So, willkommen zurück. Ja, ihr wisst, dass ich seit ein paar Tagen aktiv bin auf Twitch. So auch heute. Links in der Videobeschreibung. Ich bin irgendwie müde. Hier in Düsseldorf ist ja die ganz große Kirmes. Ich war gestern da. Ich bin sehr spät schlafen gegangen. Ich bin echt müde. Ich musste gleich los, habe ein paar Sachen zu erledigen. Aber ich dachte mir, zwei schnelle Runden eventuell. Der T-100 Lite ist so flach, dass die teilweise gar nicht dazu kommen. Ich bin sehr gut. Ja, die Artie mal wieder zu blöd hier hinzuschießen. Schießt komplett daneben, ja, komplett. Komplett daneben geschossen, die Artie. Oh, deren Artie trifft Volltreffer-Style. Die Artie trifft Volltreffer. Mann, Alter, zwei Panzer müssen hier hoch und diese Batchett und den anderen da rausholen. Ey, Junge, 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 so schwer kann es doch nicht sein, Alter. Alter, diese Spielphysik, wie man hier sinnlos hin und her rutscht. Alter, kann bitte jemand bei Wargaming diese Spielphysik mal ein bisschen so überarbeiten? Junge, ey, diese Felsen, Alter, du rutschst, als wärst du im Polargebiet irgendwo auf Eis unterwegs. Ey, du berührst so einen Felsen und rutschst komplett sinnlos. Sinnlos, als hättest du gar kein Kettenfahrzeug, weißt du? Mann, diese Spielphysik, Alter, ey, Frustfaktor 2000, ey. Sinnlos. Mann, Artie, schieß hier hin, nimm doch mal was raus, Junge. Mann, Alter, ich könnte schon wieder abkotzen, Alter, ohne mich. Meine Presse, Alter, Artie. Ach, Artie, schieß doch mal bitte hier hin, Alter, hör doch auf, so ein Bot zu sein. EBR, was ist denn deine Aufgabe, Junge? Weißt du was? Ich mag diese Gegner-Arte nicht. Aber es ist alles. Da ist die Artie, nehmt die raus. So, ciao mit dir. Drecksklicker, alter. Ohne Witz. Ciao mit dir, mit deiner Artie, alter. Einfach ciao. Ich mache zur Zeit kürzere Videos auf YouTube, aber ich meine, ich habe ja viele Videos. Ihr könnt ja dann von gestern, vorgestern oder von ganz alten Videos mal was gucken. Bei den ganz alten Videos seht ihr dann auch mal Panzer oder Maps, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Da müsst ihr mal komplett alte Videos von mir gucken, die drei, vier Jahre alt sind. Ja, ihr seht's, der Gegner hat zwei Arties. Ich bin dann immer auf diesen offenen Maps mit zwei, drei Arties. Das ist der Yolo-Scout, der dann versucht, die gegnerischen Arties rauszuholen. Wobei, wir haben zwei Badget-Arties. Ich müsste eigentlich warten, bis die nachgeladen haben, weil sonst fahre ich umsonst an die Front. Ich müsste ungefähr, ja, so eine Minute warten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hier kommt eine Badget. Hier kommt eine Badget. Ich kann hier jetzt alleine nicht vorfahren. Eigentlich müssten zwei Panzer hier durch diese Autobahn hier durchfahren und die Gegner Arties rausholen. Unser Jagdpanzer E100 ist auch komplett AFK. Unsere Badget gammelt gerade in der Stadt übrigens, so schlau wie sie ist. Komm mal mit, lass mal die Badget rausholen. Jetzt sag nicht, du haust auch noch ab in die Stadt, du Vogel, Alter. Ey, jetzt haut der denn mit seinen Scout auch noch ab, oder was? Ey, dieser Kackvogel, Alter. Ja, dieser Map ist auch komplett useless. Auch wenn sie sie verändert haben. Wir haben zwei Arties und die Badget kann da komplett rumstehen und rumballern, Alter. Und, 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 es ist... Und, und, es ist... Vor allen Dingen, du kriegst ja hier keine Hilfe. Ein, ein 10er Scout und eine Badget und ein Medium und so, die sind alle in der Stadt unterwegs. Ich glaube, jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, um die YOLO-Aktion zu bringen. Um die zwei Gegner-Arties rauszuholen. Da steht zwar noch eine Grille, aber wir müssen unbedingt die zwei Arties rausholen. Jawoll, Kollege. Anstatt hier unten lang zu fahren, fährt er da oben lang, weißt du? Schlau wie der ist. Die wird dann natürlich rausgenommen. Hier unten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020